Scheiße, das ist gut, glaube ich noch nicht. Nein. Da passt also nur rein. Und der da oben, weiß ich auch nicht. Okay. Ah, ich glaube, ich habe dann soweit alles. Dann. Ah, ich brauche natürlich alle Explosionen, wenn ich vielleicht vorher mal kaufen soll. Was ist das hier? Oh. At best. Don't want to sell gold. Habe ich den Park nicht da irgendwie selbst gepflanzt? Ich brauche das. Schauen wir noch mal. Ah, da kommt noch einer. Komm zu Papa. Da liegt auch noch mal so eine rum. So. Kann ich da einfach mal so in die Town fahren? Eher nicht. Aber das scheint jetzt eigentlich auch nicht mehr zu viel zu sein. Fuel habe ich jetzt auch noch genug. Also kann ich vielleicht noch ein bisschen höher gehen. Okay. 1800. Goldpreis ist nicht so toll. Ich habe noch genug Geld. Damit auch nichts verkauft. Noch eine Permission. Vielleicht nehmen wir nicht die 200er sondern die 300er diesmal. Deload. Ne, das hat eigentlich immer ganz gut gepasst oder? Ah komm, ein Level noch. Ah, noch ein Level. Ah ne, jetzt reicht. So. Den Leuten Dirt. Dirt. Was mache ich gegen Dirt? Dirt. Undert. Undertaker ist mehr für Income verantwortlich. Das haben wir doch schon einen. Clovis Shop. Toy Shop. Airport. Effekt? Okay, excellent. Hm. Jo. Eine Kläranlage. Okay, excellent. Mhm. Wo packen wir die denn mal hin? Ich kann hier schlecht mitten rein. Die stinkt doch. Jetzt mal Platz haben. Erstmal Platz haben. Hier könnte ich einen hinbauen. Wo ist denn dieses Dämonisch? Das funktioniert nicht. Da kannst du nur was abreißen, was du gebaut hast. Nicht das andere Zeug. Eine Kläranlage brauche ich. Ich könnte sie hier hinbauen. Ein Zirkus. Wie geht es den Leuten? Naja. Ich kann hier noch mal eine Drops anbauen. Da kannst du jetzt auch Zeug dann... Hier mal so ein bisschen künstlich weiter ausbreiten. Obwohl hier ist ja auch noch was zu holen. Also werde ich erstmal hier noch ein wenig... Habe ich jetzt überhaupt meine 12 eingekauft? Das sind jetzt die 300er. Ja, dann fangen wir mal ein und sammeln ein, oder? Da bin ich mal ganz... Nicht so einig, mein junger Freund. Und... So, erstmal ausladen lassen. Ah, hier ist ein... reinvent... Diamonds... ... ... ... ... ... ... ... Ah, da haben wir doch noch ein bisschen kleinen Vieh. Und das war's. Wie ich das sehe. Nein, da ist noch ein bisschen was. Da komme ich noch nicht dran. Und. So. So, das war's jetzt aber. 2,2. Nie schlecht. Goldpreis ist ja ganz übel. Dafür verkaufe ich's nicht. So, die 300er waren ganz gut. Mal gucken, was ich hier in der Town noch verbessern kann. Steel. Steel wollen die haben. Sweetshop. Das war die Industrie. Prison. Airport. Factory. Depot. Foundry. Jo. Aber das Ding mal da. Area. Housing. Dort. Ja. Ich hab doch da erst ein Ding gebastelt. Das ist ja nicht so, als ob die kostenlos werden. Prison. Was ist das hier? Prison. Sweetshop. Da oben kann ich auch noch was inbauen. Na. Na. Und ein Zirkus. Das ist ja noch Geld ausgegeben, oder? Habe ich schon gekauft? Gehen wir Minen. Minen. Hat da. viel rubbish heute truck is falling truck 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 Das ist ein Kamm hier. Na, da bei dem besten liegt noch was. Na komm. Jetzt komm schon. Ich hab ja noch was gesehen. Dann da oben ist noch was. Und da. Jetzt sollte ich mal da rechts den Wald abholzen. No fuel. Das sieht doch gut aus. Dafür verkaufen wir wieder. Hm. Hatt ich mit mehr gerechnet. 2,5 gibt es jetzt schon. Worte. Was fehlt dem da? Irgendwas. Oh, ein Doktor. Da ist doch einer. Ach Gott. Da ist jetzt aber kein Platz mehr. Area. Was gefällt euch nicht? Hm. Dort. Noch ein Klärwerk bauen. Wir können uns mitten in die Stadt setzen. Da hab ich eins gebaut und da hab ich eins gebaut. Was wollt ihr denn noch alles? Was? Ein Hospital. Ein Hospital. Habe ich eigentlich schon eins? Ein Hospital? Ne, ne? Da hab ich noch keine Substation hab, tu ich die. Da ist ein Power Plant. 10,000 Power Plant. Oh. Dead against Steel. So. So, genug Geld ausgegeben. Die Dropzone will ich jetzt nicht zubauen. Jetzt hab ich alles gebaut was geht. Außer. Einen Sheriff. Hab ich doch schon. Wollen wir hier nochmal einen Sheriff hin. Warum ist da immer noch ein Sternchen? Ach so. Ha. Das ist der Sheriff Stern. Okay. Äh. Ich hab meine Ladung noch gar nicht gekauft. Wieso kosten da jedes 1.500? War das echt so? Muss ich nochmal drauf achten. So. Genau. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 1 1 ist mir zu schlecht ach so erst mal gucken noch mal zurück 28 ja bringen wir dann immer ein bisschen was ein 300 städte aber da steht minus 1300 ne minus 300 ach minus dollar 300 steht da okay ich dachte schon könnte noch ein höher machen das gibt es hier ein gun shop so und was fehlt euch da hat er doch ein doktor so und was so möchte ich noch mal so ein teures krank kann ich gar nicht hier bin ich 19 alles teuer 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 hier braucht doch noch ein salon ja da habe ich eine und das bringt mir jetzt nicht so viel jetzt kann ich mir überlegen ob ich hier nicht mehr so ein bisschen abbauen will oder ob ich hier den wald plätten will da kommt man halt so schlecht hin dafür gibt es da gut was abzuzahlen habe ich das gefühl schon fertig und voll oder fast voll naja da passt nicht mehr rein da passt nicht mehr rein und voll da muss ich noch ein bisschen mehr viel haben oder oder Ladefläche je nachdem und da 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 komm ich nicht durch. Das muss ich auch mal wegspringen. Boah, ist so schlecht. Na viel kann ich nicht ausgeben, ich habe ja auch nichts eingenommen. Ich kann mal gucken, was hier so ärgsten. Immer noch irren ist. Direkt dem Doktor. Ja, man kann es nicht allen recht machen. Was fehlt euch? Ihr seid direkt neben dem Hospital. Wahrscheinlich hilft der nur, wenn da auch ein Doktor in der Nähe ist, oder? Dann baue ich hier nochmal einen Doktor hin. In die Drop Zone. Döö, das hilft nichts. Hunger. Dann kriegt ihr einen Grocery Store hier. Die haben auch ein bisschen Hange. Oh, ich habe auch schon kein Geld mehr. So sieht es mal aus. Kein Geld mehr. Dann gehen wir mal wieder meinen. Also da oben ist ganz gut, aber ich muss jetzt erst mal hier das Zeug da weg. Go. Also da oben ist eine Pause. Wir nehmen jetzt ganz gut auf. Untertitelung des ZDF, 2020